Hallo, schön, dass du hier bist. Wie ist denn dein Name? Hi, ich bin die Anna. Freut mich, Anna. Was machst du denn vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich mache eine Ausbildung zur Hebamme. Ah, sehr schön. Respekt. Trainierst du denn schon hier? Ja, ich trainiere jetzt ungefähr seit vier Jahren bei euer Kater. Und welche Kampfsportart machst du? Kickboxen, K1. Sehr schön. Wieso gerade Kickboxen? Hm, weil man alles benutzt. Es ist nicht nur wie beim Boxen, einfach die Hände, sondern man braucht einfach die komplette Kontrolle über den Körper und das macht einfach mega Spaß. Sehr schön. Hast du vorher schon woanders geboxt oder warst du immer bei euer Kater? Ich war von Anfang an beim euer Kater. Also von Anfang an überzeugt. Du warst auch damals schon in der anderen Kampfschule mit dabei. Wie gefällt es dir hier jetzt? Sehr gut. Also es ist viel größer, alles natürlich voll neu. Also sehr schön. Also macht immer noch super Spaß, nach wie vor hier zu trainieren. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Du würdest euer Kater weiterempfehlen? Ja, also auch für Frauen vor allem. Es gibt ein extra Frauentraining. Das ist einfach perfekt, weil wenn man einfach anfängt, dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, dass man gleich mit Männern das machen muss, weil es ja einfach eine Sportart ist, die sehr von Männern dominiert ist. Und da ist es super, dass es das gibt, dass man einfach mit Frauen machen kann, die auch gerade erst anfangen und dann macht es mega Spaß. Sehr schön. Also ist das wie eine Familie hier für dich? Ja. Trainierst du auch für Meisterschaften? Also ich kämpfe auf der Fight Night am 29. Oktober. Genau. Wow. Okay. Dann ganz, ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank. Vielen Dank.